Ich bin zu Besuch bei dem Unternehmen Excellent IT, heute im Gründerporträt Frau Hildegard Eckart. Mein Name ist Hildegard Eckart, ich bin 56 Jahre alt, verheiratet habe eine Tochter und habe in den 90er Jahren hier mein Unternehmen gegründet. Excellent IT ist ein Unternehmen aus, wie das IT schon sagt, aus einer Informationstechnologie. Wir machen Individualsoftwareentwicklungen. Wir gehen zu den Unternehmen und bieten ihnen unsere Hilfe, nenne ich es jetzt einfach mal so, in ihren individuellen Problemstellungen an. Zum damaligen Start mit allen Mitarbeitern angefangen. Ich hatte damals auch noch Mitgesellschaften dabei, weil ich mir erhofft und erwünscht hatte, dass man hier noch ein Stück Mentoring hat. Aber irgendwann sind die Philosophien auseinandergelaufen und dann habe ich auch das komplette Unternehmen übernommen. Ja, aber ich bin eigentlich in der Kämpfernatur gewesen und das hat alles funktioniert. Letztendlich habe ich nachher, als ich selbstständig war, den Vorteil gehabt, nicht mehr abhängig von einem Arbeitgeber zu sein, der mir sagt, wie kann ich das mit meiner Familie regeln, sondern dann konnte ich dann selbst entscheiden, wie ich das regle. Das war natürlich auch ein gewisser Vorteil. Okay, es ist natürlich nochmal eine größere Kraftanstrengung, keine Frage, aber es ist auch ein Vorteil, weil man kann es ja wirklich selbst regeln. Da muss man natürlich erstmal starten, muss telefonieren, man muss wirklich Kaltakquise machen, das muss sich wirklich auch selbst tun. Und dann muss man vielleicht auch das Quäntchen Glück haben, was man sicherlich auch mit viel Fleiß hat, dass man diesen ersten Auftrag bekommt. Dieser erste Schritt bedeutet, man verdient sein erstes Geld und dann hat man natürlich nur ein Büro und einen Rechner und, na gut, für den Mitarbeiter vielleicht noch einen Rechner, keine Frage. Man startet dann nicht mit einer eigenen Buchhaltung, wie wir das heute haben, sondern man hat dann einen Steuerberater, den man natürlich nur für die Leistung bezahlt, die man bei ihm abruft. Als junger Gründer hat man eh das Grundsatzproblem, dass man sehr schwer an qualifizierte Mitarbeiter kommt, die bereit sind, auch ein gewisses Risiko einzugehen, dass der Arbeitsplatz womöglich, wenn es schief geht, in einem Jahr oder einem halben Jahr nicht mehr da ist. Also muss man mit anderen Mitteln locken. 2005, als wir diesen ersten Preis gewonnen hatten, war damals schon die Idee entstanden, bei uns einen überbetrieblichen Kindergarten vielleicht zu initiieren, weil ich das einfach auch selbst erlebt habe. Wie ist das, wenn man Karriere macht, wenn man selbstständig wird, man bekommt ein Kind, wie integriert man das alles, welche Problemstellungen hat man. Ja, es ist eigentlich eine Erfolgsstory. Aus diesen ein bis zwei Gruppen sind in der Zwischenzeit komplett, auch der letzte Platz besetzt, sind in der Zwischenzeit über 70 Kinder, die da betreut werden. Ansonsten weiß ich nicht, wo wir heute stehen würden. Jeder zweite Bewerber hat gesagt, das Thema Familienfreundlichkeit war für ihn das Entscheidende, sich bei uns zu bewärmen. Dann hat man damit ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Und ich kann einfach sagen, man braucht, wenn man ein bisschen querdenkt, man braucht eigentlich am Anfang dafür nicht viel Geld, Gleitzeit, bestimmte Möglichkeiten, den Mitarbeitern der Flexibilität zuzusprechen. Dafür braucht man nicht unbedingt Geld. Man muss ein bisschen querdenken, man muss ein bisschen flexibler sein, ein bisschen individueller organisieren. Aber das ist auch für Gründer durchaus möglich und ist wirklich ein Mehrwert. Jetzt kommt unser, hallo Schatzilein, so ein antiallergene Hund, also er verliert keine Haare. Der ist auch die Mitarbeiter, also der ist ab Nachmittag immer da. Echt? Und morgens hat er sich meistens dann ausgetobt. Der geht dann von Zimmer zu Zimmer und die streicheln ihn und er fordert das auch ein. Und die sagen dann ganz oft, das ist für sie so entspannt, wenn dann mal fünf Minuten so ein Hund kommt. Früher war es einfach von vornherein eine Philosophie für mich, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach so eine Atmosphäre bei uns im Unternehmen haben. Dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass sie das Gefühl haben, sie haben so eine Integration, also so eine Ganzheitlichkeit, nenne ich es jetzt einfach mal so. Das ist so eine gewisse Nachhaltigkeit und Loyalität, die sich da durchzieht. Und das ist ja dieses Geben und Nehmen, klar. Wir haben über 30 Prozent, sind über zehn Jahre bei uns, im IT-Bereich relativ selten, weil die Leute sehr gerne weiterziehen nach einer bestimmten Zeit. Aber das ist doch schon eine sehr hohe Identifikation da. Also man muss nicht unbedingt der absolute Spezialist sein. Man sollte strukturiert rangehen, aber man sollte diese Flexibilität zulassen, dass mal morgen was anders läuft, als man sich vorgenommen hat und sollten einfach nicht den Mut verlieren. Es gibt viele Wege zum Ziel. Ich glaube, das Wichtigste ist, die richtigen Leute zu finden, denen man vertrauen kann, die mit einem gehen. Und man muss nicht alles können. Ich kann keine Zeile programmieren. Dann sollte man lernen oder versuchen, ein Händchen zu entwickeln, um die passenden Partner mit ins Boot zu holen, die dann beispielsweise, wenn man jetzt sehr fachlich und technisch versiert ist, dass man jemanden hat, auf den man sich verlassen kann und der sehr gut die kaufwendische Seite abbildet und der vielleicht auch für den Personalbereich gut abbildet. Wenn man sich dann auch die richtigen Kollegen und Mitarbeiter aussucht oder auch findet, die einen mittragen und die mit einem zusammen Dinge verwirklichen, dann ist das eigentlich eines der tollsten Gefühle, die man haben kann, weil man auch stolz sein kann, was man geschaffen hat. Und da bin ich schon stolz drauf. Heute bin ich zu Besuch im Roller-Zentrum für Existenzgründer und spreche mit den Kindern von Kalaberschönen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017